Kijewski hat Platz und findet Julius Düker, Ausgleich, 1 zu 1. 92 Minuten Kijewski mit dem Einwurf und der eingewechselte Düker, Düker und Ausgleich. Und Marcel Bär wieder auf dem Weg Richtung Kasten und diesmal macht es Fürstner besser. Da startet Bär durch, Benz kommt, kein Elfmeter, aber Bär reagiert blitzschnell. Wieder so ein langes Ding, Feigenspahn, gerade eingewechselt gegen Krempiki, Wumpstrin, 3 zu 0 in der 75. Minute. Dritte Liga pur wird Ihnen präsentiert von Magenta Sport.